Hallo, hier ist Heiko Philo. Ich hoffe, es geht euch gut. Und heute ist es endlich soweit. Tada, tada, wir machen Fleisch an die Knochen. Ich hatte im ersten Video über die Moral Moral definiert. Eine moralische Theorie ist eine Theorie, die eine bestimmte Art von Handlungen als objektiv und absolut oder universell besser auszeichnet als eine andere Art von Handlungen und eine Begründung dafür gibt. Und in der Begründung dürfen nur allgemeingültige, vernünftige Überlegungen eine Rolle spielen und keine subjektiven Vorlieben. Das war die Definition von Moral. Mit dieser Definition ausgestattet bin ich dann dahin gegangen und habe im Teil 2 gezeigt, begründet, dass falsche Überzeugungen immer schlechter sind als bessere Überzeugungen. Und das sollte nur ein Beispiel dafür sein, dass man solche allgemeingültigen moralischen Prinzipien überhaupt begründen kann. Und heute kommen wir jetzt zu praktisch relevanten, richtig saftigen moralischen Prinzipien, die sehr weitreichend sind und die werde ich heute begründen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Wenn ich einen Fehler gemacht habe oder das nicht verständlich ist, hätte ich da große Verständnis für. Ich selber habe mehrere Jahre gebraucht, um diese Argumentationsstruktur zu verstehen. Die ist total einfach eigentlich, aber irgendwie ist das schwer, die zu verstehen. Und ich würde mich freuen, wenn im Forum Leute Einwände oder Verständnisfragen stellen. Forum von freiwillig frei. Da kann man sich dann über diese Dinge austauschen. Ja, um welche Prinzipien geht es? In der libertären Moral, in der libertären Welt wird oftmals sozusagen als unbewiesene Grundannahme vorausgesetzt, dass Menschen Eigentum an sich selbst haben, dass mit Gewalt anzufangen schlecht ist und damit auch verboten. Also unmoralisch. Und dass man Eigentum an Sachen hat, an seinen eigenen Sachen hat. Das, glaube ich, ist auch so. Aber die Frage entsteht ja, wenn das jemand bestreitet, gibt es denn vernünftige Gründe dafür, dass das auch wirklich so ist? Oder sind das einfach Annahmen, die man einfach nur akzeptieren muss? So ein bisschen wie in so einer Religion. Das wäre ja irgendwie nicht so gut, wenn wir jetzt eine Religion wären. Also was wollen wir nicht sein? Wir wollen Philosophen sein und wir wollen dafür vernünftige Gründe haben. Zwingende Gründe haben wir am besten, warum diese Prinzipien tatsächlich stimmen. Warum es wahr ist, dass Selbsteigentum gut und richtig und besser ist als Fremdeigentum. Also kommen wir zu der Frage, ist es besser, objektiv und universell besser, dass ich über mich selbst bestimme. Das ist nämlich nichts anderes als Selbsteigentum. Eigentum heißt nur, ich bestimme über mich alleine und unbeschränkt. Das heißt Selbstbestimmung. Ist Selbstbestimmung also besser, wirklich besser, als Fremdbestimmung? Was würde heißen, irgendjemand anderes bestimmt über mich? Wir machen das nach demselben Argumentationsschema wie schon im vorigen Video. Ich gucke mir erst die komische These an, die Gegenthese an und versuche, die durchzuführen. Wenn ich damit scheitere, bleibt nur noch die Ausgangsthese übrig. Also wir nehmen jetzt mal an, Fremdbestimmung ist gut, ist immer besser, objektiv, absolut universell besser. Da kann man auch sagen, das ist gut. Fremdbestimmung ist also super. Jetzt möchte ich ein guter Mensch sein und wende mich der Fremdbestimmung zu und sage, Herr, wer immer du bist, dein Wille geschehe. Jetzt, was habe ich jetzt getan? Ich habe mich selbst bestimmt. Ich habe gesagt, ich möchte mich so bestimmen, dass wer immer Herr ist, dessen Wille jetzt mir geschehen soll. Das klingt zwar so ein bisschen nach Fremdbestimmung, aber es ist eigentlich keine Fremdbestimmung. Es wird vielleicht noch deutlicher, wenn man den Satz etwas anders formuliert und sagt, Baby, du kannst machen mit mir, was du willst. Ja, das ist auch Selbstbestimmung. Das eine ist vielleicht weniger schön, das andere ist vielleicht schöner. Aber die Selbstbestimmung, ich komme irgendwie nicht aus der Selbstbestimmung raus. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Also ich wollte ja Fremdbestimmung gut finden und anstreben und wählen, weil die ja besser ist. Also Fremdbestimmung funktioniert nicht, wenn ich sie will, sondern es funktioniert nur, Fremdbestimmung, wenn ich mich dagegen wehre, wenn ich dann trotzdem. Dann ist Fremdbestimmung. Das heißt, wir hätten jetzt eine Konstruktion des moralisch Besseren oder moralisch Guten, dass immer dann, wenn ich es will, es verschwindet. Das habe ich mal in der Hölle, in der Beschreibung einer Hölle gesehen. Es ist immer dann, wenn man was Gutes haben will, es verschwindet. Also das kann irgendwie nicht funktionieren. Ich denke, das ist klar. Das heißt, Fremdbestimmung als gut, als immer besser zu etablieren funktioniert nicht, weil ich kann das Gute dann gar nicht wollen. Sonst ist es sofort verschwunden. Gut, ich wiederhole mich. Dann bleibt noch die These übrig, weder Selbstbestimmung ist gut, noch Fremdbestimmung ist gut. Keine Macht für niemand. Überhaupt keine Bestimmung ist gut. Das wäre so ein bisschen die buddhistische These. Das würde aber auch heißen, wenn ich mich frage, was ist jetzt vernünftig, vernünftigerweise richtig zu tun, dann frage ich ja schon wieder, was will ich denn tun? Wie bestimme ich denn, wie ich tun soll? Dann will ich schon wieder was. Und das ist ja gerade falsch. Ich darf nichts wollen, dann bin ich sofort in der Selbstbestimmung. Also darf ich gar nichts wollen. Das geht also auch nicht. Kann das Gute auch nicht wollen in dieser Welt, in der Selbstbestimmung und Unfremdbestimmung Mist ist. Also bleibt logischerweise nur übrig. Selbstbestimmung ist das Einzige, was immer besser ist. Objektiv, universell, aus vernünftigen Überlegungen. Selbstbestimmung ist also moralisch. Man hat es also hiermit begründet. Logisch, vernünftig. Würde ich mal denken. Wenn Einwände sind, bitte. Wäre sehr wichtig, weil das ist hier die Grundlage von libertärer Moral. Gut, kommen wir zum nächsten Prinzip, was in libertärer Moral oft nur vorausgesetzt wird, statt begründet. Und zwar ist das das Nicht-Angriffsprinzip oder Nicht-Aggressionsprinzip. Ich nenne das Gewaltverbot. Man kann auch sagen, non-aggression principle oder initiierende Gewalt ist falsch. Diese Dinge meine ich. Das kann man sich leicht klar machen, warum das auch moralisch begründet ist. Nämlich, wenn man Gewalt mal in Begriffen von Selbstbestimmung definiert. Gewalt ist nämlich, wenn jemand sich selbstbestimmt, mit der Absicht und mit dem Effekt, dass die Selbstbestimmung eines anderen beeinträchtigt oder behindert oder beendet wird. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Wenn ich jemanden umbringe, beendet das seine Selbstbestimmung. Und damit ist es ein Verletzen der Selbstbestimmung, die wir ja als gut und immer besser erwiesen haben. Also kann das auch nicht richtig sein. Wenn ich jemanden festhalte, mit körperlicher Kraft oder mit Handschellen oder so, dann würde ich ja seine Selbstbestimmung auch durch physische Mittel entgegenwirken und damit zunichte machen. Und bei Gewalt ist es so, wenn ich jemanden schlage, dann unterlaufe ich seine Selbstbestimmung, indem ich einfach schneller bin als er. Weil er würde, wenn er seine Selbstbestimmung ausführen könnte, würde er natürlich dem Schlag ausweichen. Das heißt, es wäre keine Gewalt, wenn ich ganz langsam meine Faust auf ihn zufahre. Das wäre vielleicht ein ganz witziges Spiel, aber mit Gewalt hätte das nichts zu tun, weil ich seine Selbstbestimmung nicht unterlaufe. Das heißt, Gewalt ist in den Formen, wie ich sie definiert habe, nämlich durch Zunichte machen oder unterlaufen von Selbstbestimmung, wäre dann immer moralisch falsch. Universell, objektiv, moralisch falsch. Ganz einfach zu begründen. Nächstes Prinzip wäre Eigentum, Eigentum an Sachen. Da gibt es zwei Argumente, die ich bringen möchte. Das erste Argument ist, wie entstehen denn Sachen? Sachen, die jetzt irgendwie für andere auch interessant sind, also Güter, Waren, Produkte, entstehen, indem ich meinen Körper selbst bestimme. Und zwar in einer Weise, dass eben diese Sachen entstehen. Also indem ich arbeite. Arbeit ist auch eine Form von Selbstbestimmung. Und zum Beispiel, indem ich jetzt meine Gedanken sortiere und dann hier so einen Vortrag aus meinem Mund lasse. Das ist eine Menge Arbeit und das hat alles viel mit Selbstbestimmung zu tun. Jetzt haben wir ja gezeigt, Selbsteigentum, ich gehöre mir selbst, Selbstbestimmung ist gut und richtig. Jetzt wäre das Argument des Kontinuums, was ich bringe, dass, wenn ich mir selbst gehöre, am Ende ein Produkt steht, das gehört mir auch, dann wäre derjenige in der Beweislast zu zeigen, wieso in diesem Kontinuum von ich gehöre mir selbst, ich mache mir jetzt die Arbeit, ein Produkt zu erstellen und dann ist es fertig, wie in dieses Kontinuum ein nicht willkürlicher Schnitt hineinkommen kann, ab dem ich sagen kann, jetzt gehört dir das nicht mehr, was du nachher produziert hast. Damit wäre dann auch klar, alles, was ich produziert habe und alles, was ich mir ertauscht habe mit dem, was ich produziert habe oder alles, was ich geschenkt bekommen habe, gehört mir. Und das heißt, Gehören heißt, ich kann darüber alleine bestimmen und unbeschränkt bestimmen. Das wäre Eigentum. Das zweite Argument, was ich für Eigentum bringen wollte, ist die Überlegung. Also es soll jetzt mal gelten, dass ich nicht Kontrolle unbeschränkt und alleine über die Produkte meiner Arbeit habe, sondern dass irgendjemand anderes das hat. Aus irgendwelchen Gründen, die müsste man erst bezeichnen, beweisen, aber ich wüsste keine, aber nehmen wir mal an, es wäre so. Jemand anderes darf die Kontrolle über meine Arbeitsergebnisse ausüben. Nun muss man die Geschichte auch mit dem selben Prinzip aus der Sicht dieses Aneigners sehen. Das Aneignen meiner Produkte in das Eigentum oder den Verfügungsbereich der anderen Person ist auch eine Arbeit. Und nach dem selben Prinzip, nachdem ich meine Sachen nicht behalten darf, dürfte der seine Sachen auch nicht behalten. Das heißt, das Prinzip, andere verfügen über die Produkte meiner Arbeit, ich habe also kein Eigentum an meinen Sachen, führt zu nichts. Es führt nicht dazu, dass irgendjemand irgendwas besitzt. Und damit kann nichts mit irgendwelchen Sachen gemacht werden, weil dann würde man über Dinge verfügen müssen. Das bleibt nur übrig, ich verfüge über die Produkte meiner Arbeit. Solange, bis jemand anderes mit diesem Produkt etwas macht. Und das ist dann wieder seine Leistung. Gut, ich möchte noch einen Dank an Stefan Molyneux sagen, der diese Grundfigur der Argumentation ausgearbeitet hat. Die Form, wie ich das jetzt hier durchgeführt habe, ist schon von mir, mithilfe von vielen Freunden und Leuten, mit denen ich das diskutiert habe. Ja, aber die Grundidee ist von Molyneux. Und jetzt entsteht sich, wenn wir das haben, denke ich, hat man eine sehr schlagkräftige und substanzreiche Moral, nämlich die libertäre Moral. Das heißt, der Staat ist moralisch ein Unding, klar. Klauen, Hauen, Umbringen, Vergewaltigen, Morden, Wehtun, alles schlecht. Und die Frage ist, was macht man denn jetzt, wenn so viel Unmoral in der Welt ist und die begegnet einem? Was macht man dann? Ist es denn dann moralisch, sich zum Beispiel zu wehren? Der Frage möchte ich mir beim nächsten Mal widmen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gut geht. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.